Mithilfe von Power Query werde ich die Anzahl von eindeutigen Namenspaarungen in einer Liste ermitteln. Warum Power Query? Ja, vielleicht passt es gerade zum Arbeitskontext. Ich habe ja schon Varianten gezeigt mit Formeln oder händisch über erweiterten Filter oder Duplikate entfernen. Jetzt über Power Query, nächstes Video über die DAX-Funktion im Excel-Datenmodell. Und erstmal heißen Dank an alle Unterstützer des Kanals, die hier Ihr Abo oder den Daumen nach oben lassen. Die nächsten Excel-Stammtische finden auch online wieder statt am 8. April und 29. April. Man kann sich dort über Meetup registrieren. So, jetzt Power Query. Das hier ist eine Tabelle und die Tabelle, ich sehe, die heißt Tab-Teilnehmer. Hier gibt es Namen doppelt. Den Adam Winkler zum Beispiel oder den Bernd Müller. Die Namen sind hier doppelt drin, aber die Datumswerte, die sind einmalig. Da haben sich also Leute doppelt in der Liste angemeldet. So, jetzt klicke ich hier einfach einmal rein und klicke oben aufs Register Daten, beziehungsweise vielleicht habt ihr oben Power Query stehen, hängt von der Excel-Version ab. Man muss sich bei Excel 2010 und 2013 Power Query als Add-In nochmal installieren. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Daten dieser Tabelle auszuwerten. Das ist ja schon eine Tabelle. Ansonsten müsste ich vorher den Bereich vielleicht markieren oder darauf hoffen, dass Excel das richtig selber markiert. Oder ich klicke hier auf aus anderen Quellen aus Tabelle Bereich hier bei Daten abrufen. So, jetzt werden die Daten über den Power Query Editor analysiert. Das Erste, was das System macht, ist, es schaut auf die Tabelle Teilnehmer in dem aktuellen Arbeitsworkbook. Ich klicke hier mal auf den nächsten Schritt und das System hat von sich aus die Datentypen geändert. Das mache ich mal weg. So, hier, das sind jetzt beliebige Datentypen. Das steht oben. Hier oben ist dann ABC123. Und ich möchte ja wissen, ich markiere mal mit Großschreibtaste die zweite Spalte mit. Ich möchte ja wissen, wie viele eindeutige Namenskombinationen gibt es hier. Das geht ganz einfach. Rechte Maustaste. Dort kann ich Duplikate entfernen anklicken. Und jetzt sehe ich, es bleiben elf Einträge übrig. Hätte ich jetzt die Termine noch mitgenommen, wären es 13 geblieben, weil inklusive Datum wären es halt 13. Und so, nur Name, Vorname, elf. Und jetzt kann ich über Transformieren diese Liste auszählen lassen. Wie viele Zeilen sind das? Und dann sehe ich, bleibt die Zahl elf übrig. Das heißt, ich habe hier jetzt elf als Ergebnis. Wechsle auf Home und lade diese Daten ins Blatt. Ich klicke mal auf Schließen und Laden in. Ich möchte die im Blatt sehen. In. Bei mir habe ich das Standardverhalten so geändert, dass ich direkt Verbindungen ins Datenmodell nehme. Mache ich mal nicht. Ich sage, ich will die Information hiermit auf dem Blatt haben, hier in diese Zelle. Okay. Das heißt, die Daten, die Tabelle wird geladen unter dem Namen Tab Teilnehmer. Kein schöner Name. Das ist der Name der Spalte, äh, der Tabelle und der Abfrage zugleich. Also das ändere ich noch. Und hier ist die Zahl das Ergebnis. So, gucken wir nochmal. Rechte Maustaste. Nochmal Bearbeiten der Abfrage. Ich möchte doch die Abfrage noch ein bisschen, um auch Power Query besser kennenzulernen, die Abfrage noch ein bisschen ändern. Der Name der Abfrage sollte schon, ähm, ja, sprechend sein. Also, Query zum Beispiel könnte ich es nennen, Anzahl Mitarbeiter oder Anzahl Personen, dass ich weiß, was kommt denn da als Resultat. Ich sehe ja auch, die Schritte haben Namen. Dieser Schritt heißt Quelle. Was da passiert, ich sehe es in der Bearbeitungsleiste, sollte die bei euch nicht stehen. Man muss sich die über Ansicht Bearbeitungsleiste einblenden. Normalerweise ist die erstmal deaktiviert. Der Schritt heißt also Quelle. Jetzt gucke ich mal in den nächsten Arbeitsschritt. Aha, hier beziehe ich mich auf die Quelle. Und dieser Schritt heißt Entfernte Duplikate. Der hat also eine Leertaste drin. Okay. Und der nächste Schritt heißt, ja, gezählte Zeilen. Und da sehe ich ja, was er macht. Table Count, Row Count. Zähle die Zeilen der Tabelle. Ich kopiere mir das mal raus. Ich drücke mal hier, ich markiere das mal, Steuerung C. Und packe es mal in den Schritt davor. Hier ist ja der Schritt davor. Und packe das mal vor das Ergebnis, was hier rauskommt. Mach die Klammer auf und hinten die Klammer zu. Das heißt, ich vereine diese beiden Schritte, statt dass da drei Schritte hintereinander kommen. Und erstmal diese Zwischenergebnisse geliefert werden. Sollte jetzt, ich drücke mal Enter, direkt die Zahl 11 da stehen. Das heißt, den nächsten Schritt brauche ich gar nicht, weil dieser Schritt jetzt schon meine beiden Schritte vereint. Und ich kann so vielleicht meine Abfrage ein bisschen geschmeidiger gestalten. So, dann sehe ich ja auch, ich beziehe mich hier auf die Quelle. Das heißt, ich könnte hier schon, Moment, ich gehe mal auf den ersten Schritt. Ich könnte das mit dem Current Workbook hier, Steuerung C, das ist ja Quelle, das was bei Quelle rauskommt. Das könnte ich hier, dort wo ich mich auf Quelle beziehe, reinpacken und den ersten Schritt löschen. Das heißt, ich sehe alle Arbeitsschritte in einem. So, ich bestätige das mal. Auch hier kommt 11 bei raus. Den ersten Schritt, ja, das kopiere ich in den ersten rein. Steuerung C, na, habe ich es gemacht. Steuerung C, das war nur so rum einfacher zu kopieren. Ich kopiere es hier rein. Das heißt, ich sehe schon direkt beim Laden das Ergebnis und den letzten Schritt entferne ich. Dieser Schritt heißt also nun Quelle. Könnte ich auch umbenennen, will er den gar nicht. Aber hier habe ich schon direkt, ich gehe mal zu Home, hier habe ich jetzt direkt mit einem Schritt, zack, Query Anzahl Personen heißt diese Tabelle, habe ich hier direkt schon die Ergebnisse, die Zahl in einer einzigen Befehlszeile. Und das ist nun natürlich ineinander verschachtelt, sollte natürlich auch noch lesbar sein. Aber wenn man das Ganze vielleicht auch noch kommentiert und sich diesen Befehl mal anguckt, ich gehe mal oben auf Ansicht, auf den erweiterten Editor und habe die Möglichkeit, hier in diesem Arbeitsschritt, ich sehe ja, was hier passiert, habe ich hier die Möglichkeit, auch mal ein Enter zu drücken, Tab zu drücken. Ich habe mir eingestellt, dass ich die Zeilenzahl, uns hier sehen will, bei den Anzeigeoptionen, die Zeilennummern mit anzeigen, die Dokumentation kann man sich selber setzen. Ich mache hier mal einen Tab auch, zwei Slash zum Beispiel, fügt aus Tab Teilnehmer die beiden Spalten Vorname und Nachname als Unikate in eine Tabelle und zählt deren Zeilen. So, das sollte da passiert sein. Es werden die Daten aus der Tabelle genommen. Die werden in eine Tabelle mit einmaligen gepackt, mit Distinct, ja, ohne Doppelte. Ich sehe hier auch mit der Maus so eine Hilfe, die mit der Markierung mir ansagt, was dieser Befehl hier macht. Das hängt natürlich auch von der Excel-Version ab, ob diese Hilfe hier kommt. Aber wir haben hier die Möglichkeit, mit Power Query, je nachdem, ob ich hier, ob ich hier diese, ja, Technik benutze, die Anzahl eindeutiger Namen zu ziehen und im nächsten Video wird es dann schon ein bisschen komplexer, mit DAX-Funktion. Da zeige ich fünf oder sechs unterschiedliche Varianten. Und, ja, in den YouTube-Kommentaren stand, da kann man ja natürlich auch mit VBA machen, da dachte ich mir, machen wir mal so eine User-Defined Function, so eine VBA-Funktion, womit man das auch direkt, ja, auswerten kann. Ich freue mich wie immer auf Feedback, auf euren Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo und schaut doch mal hier auf meinem Blog vorbei. Vielleicht habt ihr da noch nützliche Informationen, die ihr euch anschauen könnt. Da sind noch ein paar Skripte und, ja, bis zum nächsten Video.